hallo ihr lieben wir sind wieder da so schauen wir mal ob wir jetzt endlich einmal die anführerin treffen es wäre nämlich schon langsam zeit aber die will wieder hier kämpfen hier bist du der schurke der unsere mächtige armee herausfordert ich bin's ich bringe dir eine lektion bei und dafür brauche ich nur ein temtem deine erniedrigung wird ein großer sieg für clan belzotto na dann macht dich bereit so vögelchen immer noch so ein vögelchen brauchen wir immer noch das und das so da du bist weg wenn ich doch bloß zwei temtem gehabt hätte dann hättest du vielleicht auch verloren gut nächste ich bin an der reihe ich dich zu besiegen du kannst es versuchen du wirst schon sehen wir werden sehen schweinchen ok normalerweise sollte das nicht so schwer sein sag ich doch vielen dank arg wie viele noch nächste ich werde dich fertig machen mit nur einem temtem arg ok ok schaut aus wie ein weiterentwickeltes bekommst du das und das bekommst du das und das ok ja was sonst was sonst dafür bekommst du das und das das hat auch schon genügt ok so so sollte es nicht enden ich werde dich ganz allein besiegen denkst du warum nur ein temtem ja das reicht na dann mal los komm 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 ja komm Und das war's. So, da bin ich jetzt endlich einmal. Oh, Mist. Ja. Bevor wir weitergehen. Salbe, bitte mal. Da, da. Danke. Nächste zum Horschneiden. Leute, helft mir. Nein. Leute. Tut mir leid. Wir, wir sollten doch im Team arbeiten. Du hast kein Team übrig. Ja, ich sehe es. Wenn sie doch nur... Hey, du wirst mich nicht einschüchtern. Eindringling. Team Belsotto wird siegen. Lass uns zu Ende bringen. Mach dich bereit. Na dann. Okay. Das ist was Neues. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Aber schaut wie eine Weiterentwicklung aus. Oh. Das hätte ich nicht gedacht. Nein. Sag ich auch. So. Nun. Wo geht's dann hin? Wo geht's dann hin? Wo geht's dann hin? So. Ich sag, schau. Da geht's hier weiter. Salbe. Ja, super. Beleber. Beleber zwei. Das ist auch gut. Ha. Schauen wir mal. Wir kommen zu die... Anführerin, oder? Wo ist denn? Die Anführerin. Die Lady Lottie. So. Wir sind nah. Ich kann es fühlen. Die Romanze der letzten Scheik erwähnen. Eine Spirale, wo sich Stein und See treffen. Und damit kann nur die windgewandte Festung gemeint sein. Hört. Lakaien. Habt ihr etwas gefunden? Noch nichts, Herrin? Dann sucht's weiter, ihr Tölpel. Hey, wer geht da? Noch ein denizinischer Störenfried? Wir haben weder die Zeit noch die Muße, Kerl. Kümmere er sich um den Schurken. Ihr habt die Herrin gehört. Du wirst es bereuen, dich in Lady Lotties Geschäfte eingemischt zu haben, du Bauer. Ich bin kein Bauer. Was ist das schon wieder für ein Temtem? Keine Ahnung. Das hat auf jeden Fall nicht viel gebracht. Ah, ein Elektro-Temtem. Hä, hä, hä. Hä, hä, hä. Hä, hä, hä. Hä, hä, hä. So, bitte. Geh weg jetzt von mir, du! Komm, mach ihn fertig! Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ah! Ja! 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 Ja, ich nehm ja schon selbe. Das ist also ein Witz, oder? Ja, wenigstens dich hab ich. So, den muss man da schauen jetzt. Lass mich jetzt in Ruhe. Ja, salbe. Das sollte das jetzt sein. Jawohl. Hust dieser Deniziner. Hust ist nicht wie die anderen. Nicht einmal dieser Surferin Hust war so zäh. Wenn wir uns nicht auf euch niedere Knappen verlassen können, wären wir euch zumindest verbunden, wenn ihr schweigen walten lassen würdet. Nun, nun, noch ein störender Bürgerlicher müssen wir uns endlos vom gemeinen Volk belästigen lassen. Gemeiner Plünderer kannst du die Heiligkeit dieser ehrwürdigen Hallen nicht respektieren. Er ist das Surfweib. Und nun, du Kleine, was auch immer es scheint. Wir müssen uns dieser Unannehmlichkeit persönlich annehmen. Um die nötige Gebote der Höflichkeit zu beachten, wir sind Lady Lottie. So, jetzt ist es noch zungenbrecherisch. Aber dir sei erlaubt, uns Herrin zu nennen. Nein, nein, dein Name bedeutet uns nichts. Da wir so frei sind, die weiteren Höflichkeiten auszulassen, erwarten wir deine schnelle und undramatische Niederlage. Wir haben einen Ahnenschatz zu finden und wenig Geduld übrig. Engarde. So, entweder stirbe ich oder schaffe ich's. Lady Lotte. Lady Lotte. Ich sehe schwarz mit diesen Temtem, aber ja. Das für dich. Und das für dich. Wie viel Temtem sind das? Okay. Das wird nix. Das wird nix. Dann so um... Hier. Und... 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 ... 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 Das ist ein Anderes. komm 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 ein bisschen das ist weg was ist das was ist das scharfe blätter die evolution hat natur temtem mit vorschrittlicher verteidigungsmechanismen gegen pflanzenfresser ausgestattet ja noch mal probieren was das schweinchen jetzt wird es aber du bekommst das echt jetzt kommen wir damit zu irgend eine attacke oder wie sich das ja ich habe verloren ja tschüss dich werde ich noch besiegen lass mich meine temtems aufladen so und wieder hinlaufen es dauert wieder jetzt weiß ich nicht einmal wohin so 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 ja so viel es dauert noch ein bisschen ich versuche gerade die herrin zu besiegen so 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 ach hier sind wir glaube ich nein ich will jetzt kein fuchs komm 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 wir wollen die herrin besiegen auf geht's könnte vielleicht sein dass ein bisschen diese folge länger sein wird ich hoffe ihr habt nichts dagegen aber ich möchte die böse frau bekämpfen mensch wieso sind jetzt so viele von euch da also widers artifacts wie versagen ich habe gesagt nein ich habe gesagt widerschaul Gott sei dank jetzt kann ich wieder Ja, ich kenn's, kenn's, ja, ja, wir können das schon kämpfen, komm schon, lady. Machen wir mal, wen stoß bei dir und das bei dir. Okay, leider nicht so viel. Du machst ja Gott sei Dank eh noch diese Attacke. Ja, das war super. Nein, das war schlecht. Den bekommst du wieder und du kannst dich heilen. Ciao. Gut, eins ist weg. Schöterchen. Machen wir das. Und das. Ähm. komm max fertig wieder schauen nummer zwei bleiben noch zwei jetzt kommt der schweinchen du kannst es ruhig weitermachen kein problem aber der andere muss nicht so viel gebracht beide psychowelle komm 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 fast Es wird knapp, es wird knapp, es wird knapp, es wird knapp. So, komm. Komm, komm, komm. Vielen Dank, so, und ein letztes, ein letztes, da haben wir was Neues, eine mächtige Betawelle, die das Ziel mit supertomaren Teilchen bombardiert. Es wird Hypnose, probieren wir es aus. So. Gut, 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 gut. Salbe. So, war mal klar, dass der jetzt weg ist. Der vergiftet mich. So, Elektro, Elektro, Elektro. Komm, komm, komm. Dodo. Dodo. Komm, du da. Okay, das verbraucht viel Leben. Das ist, ja, das war jetzt klar. Aber, ich habe dich noch da. Jetzt sollten wir... Vergifte mich, ja, hast du schon. So, das solltet jetzt gewesen sein, ne? Welche Scharlatanerie ist dies, niedergemacht von einem denizinianischen Gewöhnlichen? Welch Betrug schickt dich etwa Percy? 499. Ein Lichtrick, eine Rauchwolke, und wir verschwinden auf der Stelle, um Rache zu planen und erneut zuzuschlagen, wenn die Zeit gekommen ist. Schlüssel bekommen, super. Ein Antik, anmutender Schlüssel zu verließen. Was, die brauchen wir? So. Alles aufmachen, alles heilen, was geht. Talisman schützt vor den verlorenen Statusveränderungen. Jeder Temtem kann eine Ausrüstungteil anlegen haben. Jede Ausrüstungteil hat einen anderen, einzigartigen Effekt. Wieso nicht leben, wieso... Duft. Was soll ich halt so machen? So, bekommst du das. So, gut. Ist da irgendetwas? Nein. Okay, dann runter zum Feliz. Befreien wir Sophia, und... Nein, ich hab jetzt keine Zeit. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Also, das war zwar ein Kind, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Ich bin... Weggehen? Weggehen. Danke. Okay. So, wo ist jetzt der blöde Verlies? Da. Du bist wieder da. Hast du den Schlüssel gefunden? Gut, dann öffne bitte die Tür. Bitteschön. Großartig. Vielen herzlichen Dank, Miss Knirps. Ich dachte schön, ich würde alle meine Stunden im Dojo verpassen. Du hast diese seltsame Frau also geschlagen. Wow. Du hast wirklich Potenzial. Ich sage dir etwas. Ich muss mich wirklich beeilen, nach Arisoal zurückzukehren. Aber warum besuchst du mich nicht dort im Dojo? Wenn du diese arboreanische Lady besiegen konntest, bist du ganz eindeutig bereit für höheres Training. Ach, endlich frei. Was wollten diese Gauner erreichen? Naja, wie auch immer. Ich sehe dich im Dojo, Miss Knirps. Psst. Pass auf dich auf. So, gut. Dann hast du das. Zurück. Geen, oder? Nein. Nein. Nein, 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 nein. So. Damit es für euch nicht so langweilig wieder ist, sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss, ihr Lieben.